Bei mir. Wir waren einfach einfach hier. Wir waren uns rund am Dach. Das Traumboot durch die Nacht. Einsam in der Großstadt. Während Lichter, die nur sterben. Das Gefühl, allein hier in mir zu sein. Tausend fahr'n, seh'n danach, dass eine Stimme sagt. Lehn' dich an und halt' dich bei mir fest. Bleib heut' Nacht bei mir. Komm, schlaf doch einfach hier. Wir waren uns rund am Dach. Das Traumboot durch die Nacht. Bleib heut' Nacht bei mir. Und Freunde, komm mit mir. Die Insel, unser Markt, liegt hinter meiner Tür. Hinter leeren Gläser nahmen los in einer Bar. Da sitzt er, versunken in sich selbst. Längst zerspielt. Längst zerspielt. Voran ihm lag. Kaum noch Mut dazu. Einfach mir zu glauben, wenn ich sag. Lehn' dich an und halt' dich bei mir. Bleib heut' Nacht bei mir. Und schlaf doch einfach hier. Wir bauen uns rund am Dach. Das Traumboot durch die Nacht. Bleib heut' Nacht bei mir. Und freu'n den Frauen mit dir. Die Insel, unsere Nacht. Lieg hinter meiner Tür. Bleib heut' Nacht bei mir. Komm, schlaf doch einfach hier. Wir bauen uns rund am Dach. Das Traumboot durch die Nacht. So, da ist das gute Stück. Herzlichen Glückwunsch euch beiden. Es ist der zweite Silberner Bong, den ihr hier bei uns in der DDR bekommt. Für ein Lied, das Holger Flesch und Norbert Endlich geschrieben haben. Gibt es dieses Lied auch in der CSSR? Gibt es eine tschechische Version davon? Ja, wir haben dieses Lied auch in tschechisch produziert. Und vielleicht kommt auch auf kleine Single. Ja. Wir haben mit diesem Lied gesehen, dass ihr immer mit der Zeit geht, mit eurer Musik. Und ihr seid gefragt. Und ich weiß auch, ihr geht gerne auf Reisen. Wo wird's denn demnächst hingehen? Also, am Sonntag fliegen wir nach Leningrad, 14 Tage und danach 14 Tage Athen. Mhm. Ihr freut euch auf den Winter dort sicherlich. Ihr habt die Nachrichten verfolgt. Ich würde mir was Warmes mitnehmen. Vielleicht noch die, also nicht vielleicht, sondern ganz sicher bitte die Autogrammadresse von Hanna und Dana. Das ist Berlin, Postlagend 1166. Alles klar. Alles Gute euch weiterhin. Toi, toi, toi für die Karriere. Und schönen Dank, dass ihr da wart. Tschüss, macht's gut. So, Matthias Werner, mein Redakteur. Nicht klein zu kriegen, aber er hat ja recht. Das ist sie. Wie viele Leute. Tschüss. Tüs